Ja, okay. Wieso? Kommst du Lisa die Frage? Hm, ja, nee, weil du sagst, ja, man muss ja drauf haben. Und hier und da, da dachte ich, ja, das ist doch bestimmt... Verkauf, ne? Nee, nee. Ich bin kein Verkauf von... Also jemals Kaufmanages? Nee, nee, auch nicht. Auch nicht? Nein, ich bin Pro-Gamer. Klar.